Sascha Muldre ist bei mir, Pressesprecher in diesem Fall vom Münchner Rennverein. Und im Moment natürlich der Mann hinter den Kulissen, der alle Fäden in den Händen hält. Es ist viel zu organisieren. Sascha, was uns natürlich interessiert, Wetten, das lässt grüßen, 1.0 geht heute zu Ende. Wie sind die Umsätze? Ja, es ist genauso großartig wie am ersten Renntag, den wir in Riem hatten. Wir landen bei rund 240.000 Euro und sind sehr, sehr zufrieden. Aus sportlicher Sicht, die Cabrio, was sagst du? Toll, vielleicht kann er das nachholen, was Django Friedman im vergangenen Jahr nicht vergönnt war. Lassen wir uns überraschen. Dann sag ich vielen Dank.